So, aber bin ich jetzt bei dir, oder? Ja. Wir sind aber bei... Was haben wir jetzt grad? Wir wollen jetzt gut waschen, oder? Wir haben ja einen Spion im Mauer. Ja. Ich bin schon richtig. Du warst jetzt genau falsch. Du warst jetzt genau wissen. Ja, weil für die Gegend war ja falsch. Ja, es muss so sein. Nein, ich glaub, ich war halt uns, oder? Weil ich hab den anderen nicht gesehen. Nein, ich glaub, das geht gar nicht. Wo ist drei zu euch? Ich weiß, ob du mich einzerziehst. Na, freilich bist du. Ja, ich glaub, wir kommen dann. Kann ich die eigentlich umsetzen? Ja. Du darfst nicht? Du kannst also noch wo die Mama machen? Ja, Affe. Eine Affe. Affe? Affe? Du Affe? Du Affe bist? Du Affe? Du Affe? Das offene Fiste raus, aber... Affe und dann klar raus, oder was? Wie ist das? Dann das nehmen wir jetzt da die Garage aufkommen. Dann kommen dann direkt vom Start... Ja, dann nehmen wir aber nicht durch die Garage. Und das ist so die Windaffäre, ne? Ja, da gibt's so ein paar lustige Sachen, da... Da kann man sich nämlich da auf die Seiten einfach hochschmeißen. Dann kommen sozusagen die Gegner vorbei. Da kann man sich ja auf die Seiten hochschmeißen. Einmal hinter links nichts. Da müssen wir. Ah jaaa... Schhhhh... Sch... Tüttt... Dann sind wir wieder die Scheiß, äh... Dings... Ach jetzt haben wir noch zwei Ziele! Das hat uns gesagt das zwei Ziele. Weil es im ersten Bereich hat sie und im zweiten Bereich hat sie. Wie kann mir jetzt der Gans haben? Ja. Der macht das von nix. die stadt der warte erhält sich die berühmte die erheblich was rechterweise ja hey was soll man auch bekommen nö ich bin jetzt selber das Auto bin ich da auf ja ich hab jetzt vor der Bildschirm schaust Ja, ich bin jetzt selber das Auto raufig gestoßen. Ja dann, geh weiter. Kann ich? Jetzt weiß ich, dass du da bist. Ja, eine, aber die ist im selben Stock wie du, also... Sollts vielleicht... Nein, ich weiß nicht, dass ich da bin. Sollts dich vielleicht hinknien und, äh, nur zu verlieren machen. Also, sozusagen, langsam schleichen halt. Man schleichen halt. Du musst jetzt aber einen Gegner töten. Das macht aber so Spaß. Hm, weil du jetzt wenigstens sie kommend mit dir nicht heißen kommst. Vielleicht kann man was anderes machen. Du kannst dir aber einige und die Gegner sozusagen weglocken. Jetzt weißt du aber, weil du was bist. Äh, einfach mal das unten ist. Sie sind so ein Gas freigesetzt. So, wie, hm? So, gut. Wie kann ich jetzt da weiter? Ähm, da ist ein zentrales Treppenhaus. Da geht's übrigens auch über das Treppenhaus zu Trains. Ja, ich bin jetzt ein... Nein, da ist mal ein Treppenhaus. Sollts am besten, äh, nur Treppen-Dummer. Aber, umschleichen. Ja. Jetzt bin ich im Treppenhaus. Da mal hin. Und bei uns halt auch. Und da kannst du auch nicht hin. Jetzt mal die Mini-Dummer rein. Das ist eine Mini-Dummer. Und da kannst du auch nicht hin. Jetzt mal die Mini-Dummer rein. Und da ist der eine? Jetzt erstmal der Po rein. Ah, was? So, ein, mein Stoppe. Ach, ich bin... Ich bin, ich bin, ich bin der Po-Krinner oder so. Und dann hat's explodiert. Hat's explodiert? Ja, dann hat's explodiert. Ja, dann hat's explodiert. Ja, dann hat's explodiert. Ja, dann hat's explodiert. Jetzt kommt der Po-Krinner von Neuk Partner. Oh, wenn wir jetzt nochmöglich nachkommen! Ja, ich hab' das Gehau an. Ha! Komm, ich hab' mich dann direkt irgendwie... Das ist die Haken-Rolle. Ich hab' mich... Ja, ich hab' mich nicht richtig. Kommt, man mich dann... Es gibt mir vorbeigehen. Wenn ich jetzt nachträglich nachkommen, wo man mich nicht... Wenn ich jetzt nachträglich nachkommen, wo man mich nicht... Wie ist es? da war ich da auch das weiße Auge das ist unbedingt der Führungsteuer die Daufe die Eberlose der Bewerbungsdauer Lüftungsteuerung nur kommen die Sitzende Du kannst die gerade entfernen. Du darfst immer irgendwelchen Türen haben. Ja, du musst ihn passen. Das ist ein bisschen schalte. Oh, der rennt dann halt die Brunner noch an. Und bist du auch da, weil ich bin? Ich bin jetzt auf dem Stockkläger. Ja. Du darfst da erst einmal hacken. Jetzt schaut euch, wie der dritte Bereich anders aus, wie man da hackt. So, bitte keine Lamm auslösen. Jops. Ja, woher wir jetzt hin? Zentrale Treppenhaus, oder? Ja. Wow. Um selbst zu Beginn. Äh, ich kann den Treppenhaus bringen jetzt ungefähr, oder? Ja, den Treppenhaus halt. Ja, was denn um das Treppenhaus? So, schauen wir mal. Von rechts. Na? Ja, da da, eine. Und da auch gerade durch. Da steht eigentlich überall Two Trains. Ja, na. Da ist kein Wienkipp. Da ist ein Mundsinn. Ne. Ja, ich bitte auch. Für Haupten. Ne, vielleicht darfst du es noch. Ne. Ich will mir jetzt erzählen, wenn das, was da überall ist, so ist. Na, ich hab's nicht geschafft. Das ist ein Mund davor. Ne, ja, ist wurscht. Jetzt sind wir ja im zweiten Bereich. Die Frage ist, ob's die Gegner schaffen. Wo ist die Gegner? Jetzt hatten wir euch ja nicht zum Kummer. So, jetzt bin ich da, weil man geht. Jetzt will ich den Beton schaffen. Also, es gibt zwar, wie geht, wie du, du gehst da, da unten entlang? Da unten entlang ist dann da, an denen, äh, die Bahn gerufen, oder? Ja, genau. Ja, genau. Oder wie gestern, wo ich geh, das ist irgendwie, das ist ziemlich langsam und behäbig. Was da meinst du sagen? Wenn ich vergleiche, kommen wir am selben Punkt aus. Loll. Ja. Äh, da wird aber in den ersten Bereich eine. Da wollen wir ja gar nicht hin. Alles in andere Richtung. Falsch gerannt. Du! Gib mir da, Johanna. Da wird eine. Ja. Ja. Ja, wir haben es auch noch klein, genau. Haben wir es nicht gesehen heute. Äh, noch so eine? So sagen wir in einen solchen Bereich. Und schon steht der Gegner dort. Gerade. Au! Au! Es gerät mir so vorbei ist. Jetzt soll es uns gleich auch mal ausmerzen. Alle Leer vorzeigen. Leer. Ja. Ja. Da bin ich jetzt. Irgendwas ist passiert. Ach, da. Ah, jetzt ist es passiert, weil ich bin. Da unten ist ein Ziel jetzt umsonst, oder? Genau. Aber jetzt wird die Beispiele jetzt ein bisschen anders aus wie bisher. Ja. Wie du es hießt. Warum? Da gibt es jetzt halt so eine Latte. Ja, weil wir sozusagen im ersten Mai anders zu viel gemacht haben. Aha. Ich bin jetzt sozusagen über die. Wo ist es jetzt da? Chef, Köln, Alter. Das ist unsere Chance. Ja. Ja. Raffi. Und da links oder rechts. Der ist aber einer hier oben. Ja. Wer kommt da jetzt? Ja. Ich hab da auf dem Blei. Ja. Ja, ich hab da drauf. Ja. Ich hab da drauf. Ja. Ich hab da drauf. Und das unten ist. Aber jetzt mal wieder, das ist das einfach so. Ich hab da drauf. Ich hab da drauf drauf. Aber du, jetzt wirst du mal so hübschen. Ja, da sind halt ein paar Container hängende Luft, da kannst du die halt verstecken Drin? Ja, so kannst du halt eihupfen in die Container Mal schauen, da hat ja nicht wieder alles vermiedlich Ich hab's Irgendwann wohn ich bloß hin Ja, da kommen wir jetzt eh nicht mehr dazu auf jetzt am Rennen Wenn du das dann zu dem was dann angasen Soll ich's nicht fertig machen? Du spät Ja, was war jetzt? Hast du oben beide gemacht? Na warte, ich will nicht im zweiten Berg kurz eins hacken Soll ich bin er wieder, dass ich beide mache Gleichzeitig Wie wird es auch noch eingestellt? Haben wir nur 30, äh Zölf Minuten, äh, so neigste Ist ja ne, ist es schon eine große Map Change Team Ach, dann kann ich ja auch starten Ausrüstung, brauchen wir da auch ein Camp? Nein, nein, nein Ach, das müssen wir jetzt müssen Ähm, hab ich ehrlich gesagt, bin ja das probiert Solution Also, ich drühe Angeln